Was wurde entschieden jetzt bei einem DAB? Haben Sie neue Entscheidungen oder was? Ja, wir haben die zehn bundesweiten Programme und das Ganze geht richtig voran. Es werden Endgeräte verkauft, erhebliche Zahlen inzwischen und das ist der Durchbruch. Ja, klar, man muss eine bestimmte Mark-Azeptanz haben und dann geht es automatisch vorwärts. Ja, also zwei Millionen sind schon Endgeräte angekündigt. Damals, wo das mit dem Pro-7 war, nicht Pro-7, das andere mit dem Bezahl-Fernsehen Premiere, wollten sie dort das HD-Fernsehen umsetzen und es ist nicht gegangen am Anfang. Erst jetzt wird es kein. Plötzlich kriegt es dann einen Schwung, gell? Ja, genau. Also, bitteschön. Das war hier an Professor Ring, der diese DAB-Sache vorwärts bringen will. Jetzt schauen wir, was sonst alles gibt.